Hey Leute, ich weiß nicht ob ihr es sehen könnt. Ich besuche heute eine Burkerovine und die ist sehr groß, sehr schön allerdings. Eine komische Sonnenuhr hier drüben. Der Anstieg ist ein bisschen anstrengend, aber es ist schaffbar. Wie ihr es seht, da oben ist noch was drauf, aber natürlich kann man nicht rauf. Schöne Fenster und da oben drüber fliegt ein Flugzeug. Sehr schön. Ja, das sollte gewesen sein. Ich werde es online stellen. Ich werde auch einen Standort zur Verfügung stellen, dass ihr hinwandeln könnt und so. Parksituation ist scheiße. Aber gut, das seht ihr dann selbst. Und ja, das ist so die Landschaft hier drumherum. Und ja, das soll es gewesen sein. Da unten sieht man die Küche. Ciao, ciao, ciao. Weil ich werde wahrscheinlich noch einen anderen besorgen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.